Wir werden niemals aufgeben. Wir werden niemals die Niederlage eingestehen. Das wird es nicht geben. Man gibt sich nicht geschlagen, wenn es Diebstahl gab. Ich hoffe, dass Mike Pence das Richtige tun wird. Denn wenn Mike Pence das Richtige tut, gewinnen wir die Wahl. Alles, was Vizepräsident Mike Pence tun muss, ist das Ganze an die Bundesstaaten zurückzugeben, um das Ergebnis erneut zu zertifizieren. Dann bleibe ich Präsident und ihr bleibt die glücklichsten Menschen. Unsere Wahlen waren am Wahltag um 22 Uhr beendet und wir hatten in Pennsylvania, Michigan und Georgia mit hunderttausenden Stimmen geführt. Und dann ist das Ganze spät am Abend oder am frühen Morgen explodiert. Dieser ganze Bullshit. Und nun ist es am Kongress, diesen bösartigen Angriff auf unsere Demokratie klar zu benennen. Und dann laufen wir nach unten zum Kapitol und ich werde dabei sein. Und wir laufen zum Kapitol und wir feuern unsere mutigen Kongressabgeordneten an. Und andere werden wir nicht so anfeuern. Und wir werden wahrscheinlich nicht so anfeuern so viel für einige von ihnen. Denn Sie werden niemals wiederholen unsere Lande mit Weakness. Sie müssen die Kraft zeigen und Sie müssen die Kraft zeigen. Sie müssen die Kraft geben. Vielen Dank.